hallo und herzlich willkommen zur weiteren folge let's play mein kopf mein helm und oder was habe ich da gerade gesehen zwei gole ist das nicht geil ich würde sagen die farben wir uns erst mal ab da gibt es noch mal ein bisschen eis was haben wir 60 eisen ja nehmen wir auch noch mit wobei ich später machen müssen naja nächstes mal 30 43 so 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 ne wir verzaubern jetzt noch mal ich guck noch mal was haben wir hier ich habe hier zwischendurch noch mal hin hier beziehungsweise nicht lieferst aber die hatte ich an was habe ich denn mit dem ob schon gekämpft ist neu gewesen na ja auf jeden fall anbrücken drei protection 3 und das weiter und das kann man halt damit kombinieren es kostet halt nur level respiration 3 habe ich schon also prinzipiell nichts im prinzip fire protection bräuchte protection 4 die bräuchte ich auch nicht weil ich schon protection 4 ab genau das heißt die sachen die werden eigentlich für die hat aber für nichts dann auf dem crossbau wasser mit quick charge 2 das wäre auf jeden fall in der maßnahme nur mal gucken was wir hier drauf haben schärf aber ich habe schon schärfen fünf also wird diesmal auf jeden fall der sein aber nicht die die hier sondern der da mit 123 und ab und ab wie das ich kann ja noch mal verzaubern fällt mir gerade auf warte mal der ist verzaubert dann nehme ich ja prinzipiell ja egal mit quick charge 2 was ich mir die auf jeden fall kombinieren kann und ja jetzt beginnt das spiel eigentlich von vorne weil die sahen sich jetzt wieder zurück gesetzt haben so was haben wir hier feier protection bräuchte protection 4 was haben wir denn hier protection wie es gibt nur protection 4 also bräuchte es auch nicht protection 4 ja auf jeden fall das lab ist übrigens vom ja dafür nur die haltbarkeit genau ich habe nämlich auch mir war nämlich ein bisschen langweilig obwohl eigentlich ja nicht aber ich habe mal ein paar villager gegrillt und habe mir was ein bisschen erhandelt dazu ich nur gerade den richtigen da ist er der verbrauchte kauft vier ender per also vierte wenn jetzt im moment vier noch weil ich kurz bevor ich die aufnahme auffang aufgenommen habe oder jetzt auch mal aufnehmen bin ja handeln ist und ich würde sagen was man also wir brauchen ein ding ich wollte nämlich noch mal ein farmer dass man die farm auch benutzen können und abbauen können und dies und das und dann noch ein bisschen handeln weil ich noch ein paar einmal zeit dadurch erfahren möchte damit wir in folge 50 den dafür brauche ich wie war ich denn die heißen das bärbel heißt das glaube ich nenne ich das muss ich mal löschen wie heißt er dieser blog den ich mein data der komposter da brauche ich ganz viele slabs für ok das sehr gut ich sage steps meiner slabs nehmen aber alles andere jetzt mal gucken was der so handelt was der mit direkt anbietet und dementsprechend fahren möchte ich sagen so du darfst dich dahin platzieren jetzt sollte doch bestimmt einer von diesen hobbylosen typen oder haben wir keine hobbylosen typen mehr wir haben keine hobbylosen typen mehr ich habe die alle geld wir haben keine hobbylosen arbeitslosen typen mehr die sind alle arbeitsfreudig hallo ich glaube wir müssen den normalen ein bisschen zu essen zu geben ich denke mir schickt erstmal dass die zweimal so und hier so und so ich weiß nicht was ich dir jetzt mal gegeben habe deshalb muss ich ja mal gucken kommt macht liebe ja gut dann können wir das ja gar nicht machen das ist ja jetzt naja gut da können wir auf jeden fall aber schon mal hier ab farmen und bis hin ab ernten und jede ganze ernte zeug ist weg waren hoch löst mich auch noch sprung warum mache ich das sind immer wieder dann haben wir doch hier irgendwo eine hohe an dem mit die macht waren wir die kaputt so und sammeln wir das mit ein oder gemeckert an pflanzen eine gemessen und ja auch schon steck war so untergehen die anderen auch gerade ja heute in einem plan sieht man nach und das holte ich mir an auch gerade als habe ich hier doch an der mich nicht da kann ich das nämlich da ich auf jeden fall schon mal in die kiste speisen und das wird dann auch direkt eingepflanzt bzw reingetan und da kann man auf jeden fall gucken was der so handelt und was der so haben will damit wir einen haben der mit uns handelt ich glaube ich schmeißen aber jetzt noch mal erstmal morgens der karotten da nur zwei oder drei dass die sich auf jeden fall arrangieren und ein baby waren ach da ist sogar schon baby der muss so groß werden ich habe glaube ich drei stücke tötet aber das kann ich auch dann später machen weil das ist dann wenn jetzt auf jeden fall einer schon da ist der muss jetzt erst mal wachsen das dauert dann fünf minuten dann können wir das ja vielleicht doch gar nicht die folge machen das ist doch doof doch können wir ja machen wir auf jeden fall gibt es nur einen kleinen cut weil wir das das wachsen das muss halt bisschen beschleunigt werden weil es dauert jetzt nicht zu lang so sind wir jetzt gerade hier rüber und pflanzen alles an so dass auch angepflanzt wenn wir da gleich voll ja dann muss ich erstmal kurz leer machen gehen erstmal leer machen gehen jetzt kann ich auch gerade zuckerrohr an pflanzen dass wir das auch noch haben ach guck mal die liegen schon alle drin so jetzt jetzt sehen wir auch gerade wie viele betten wir vor allem einen haben wir noch frei da habe ich doch nur zwei gekillt naja gut ist ja wenn der eine groß ist ist das ja schon mal sehr gut so weiter geht's der torfbewohner ist groß und der hat hier auch schon so ein bisschen was ist der mehr handeln kann und warte mal wir fangen mal an mit den rote bäden so rote bäden und was war da sind immer noch 15 so jetzt erst mal hier nur das einfach nur dass ich wieder ein paar emeraldos bekommen 6 pupkins ist ja auch ein bisschen billig eigentlich so jetzt schalte ich frei level gold typen melden melden in blöcke 10 nicht 1 sondern er hat 21 so du wirst jetzt hochgeboostet mein lieber freund aus suspicious 2 stück für ein emmult das ist ja interessant so level expert bist du jetzt bestimmt jawoll los wie nice es gibt hier goldene dinge ist das heißt ich kann mir auf jeden fall mein essen kaufen weil das ist nämlich das worauf ich quasi hinaus wollte ich wollte nämlich hier die die melonen mir erdingen so jetzt kann ich auch garotten nehmen weil das nämlich kürziger nicht mehr glauben mein freund so jetzt habe ich nämlich schon schon einsteck fast an emmult und das würde bedeuten vielleicht kriegen wir sogar die ender bellen noch zusammen also prinzip brauchen wir warte mal der hat jetzt keine potatoes jahre hat er nicht das heißt wir müssen noch mal neun machen irgendwann aber das mache ich so zwischen den folgen denke ich mal so jetzt musst du erst mal wieder arbeiten gehen hatte wieder ja dann nicht prinzipiell ne äpfel will ich mir nicht kaufen ja prinzipiell kann ich auf jeden fall mal ein bisschen parriere machen und das auch noch grad eintausch so wer gibt dir denn am meisten aber dann kann ich dich schon mal hochleveln auch wenn das nicht so viel wahrscheinlich bringt so du musst jetzt erst mal arbeiten geht hat er wieder jawohl so das war es auch mit der karotten und weizen hat er an stimmt das haben die immer aufwechseln glaube ich so du wieder also habe ich kein papier mehr genau so als er mir 123 dann kann ich noch ins deck genau machen so und dann hier den wieder dass der schön 21 24 24 habe ich nicht noch zufällig doch habe ich da kann ich doch einmal kommt meistens mit dem master ja hier will ich nichts da will ich was genau so wenn ich so 12 15 20 in der bellen habt das liegt das auch schon so der hat jetzt nämlich auch zwei genau 3 4 5 6 7 so jetzt musst du auch 12 jahr zwölf reichen nicht ganz was willst du haben ja ich habe aber nichts für dich da würde ich auch nicht glaube ich da habe ich das ich könnte höchstens mal dann macht der hinter auch melonen ja genau da kann ich auf jeden fall die melonen und er handelt habe ich auf jeden fall wieder ein paar mehr so hat er jetzt der andere wieder nö gehen wir arbeiten kann ich eigentlich silktouch auf die axt machen weil ich hatte glaube ich nur ein schade das geht nicht ich könnte höchstens hier mit abbauen aber das dauert ewig wenn ich jetzt überlegt wie schnell ich hier die die ganzen abgebaut habe vielleicht wären das automatische waren gut aber nicht in diesem projekt so ein paar melonen habe ich jetzt auch da kann ich auf jeden fall noch ein bisschen mehr zusammen kraften ja 40 stück in der zahl so wo ist denn mein fahrer da ist er ja gut das ist ja so da bin ich wieder zurück und die kann alle pennen sollen das man soll denn das ja das ist halt wenn man eine familie hat und nicht nicht zu hause wohnt wird sich nicht zu hause und sage schon wenn man zu hause wohnt ist das halt ein bisschen nervig dann muss man einfach mal essen gehen aber gut ich habe sehr überlebt und ja morgen würde ich sagen so fast und da können wir auch schon hoch ich habe die x-mikro und drücke auf die sprint taste anstatt alle anderen so weiter geht's wo haben wir sie nicht bestehen blieben da haben wir nix da haben wir nix ach ich habe kein ton weil ich meine kopfhäure nicht anhabe klug kluger mann so ja 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 was habe ich noch so habe ich noch ein emeraldos mehr so was gibt es hier noch so zu handeln wo ist denn hier dieser eine genau ne ja den meine ich nicht aber äh lalalala ja da muss ich erstmal freischalten ja melonen habe ich ja sowieso genug also ich kann auch noch ein paar melonen drei stücke in der zahl machen ja gut hier haben wir jetzt noch nicht arbeitszeit also sprich ist das doof ähm gut warte mal warte mal den wollte ich haben genau jetzt weiß ich wieder wo ist er da ne nicht der sondern der hat auch nicht gearbeitet der kann doch auf jeden fall arbeiten hier setze ich dem sogar noch zwei fackeln dahinter dass der da arbeiten gehen kann und ich will doch noch ein paar m als haben für die folge ein bisschen unter äh 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 pären so will ich haben so hat er jetzt hat er hat er hat er hat er ist der falsche der da hat er jawohl er hat wieder jawohl jetzt habe ich auf jeden fall genug dinge sind genug hört so was haben wir hier was wir noch so handeln können gar nichts so und da kann ich aber das kann ich aber auch hier bei dem mann grad grad das in den goldenen karotten umwandeln und das war jetzt auf jeden fall so ein bisschen und das kann auch raus ja die sitze kann ich eigentlich wegschmeißen und da brauche ich nur noch den nächsten anderen farmer der mir ja der mit dem ich auch links tauschen kann hier karotten karotten sag ich schon kartoffeln dass ich die auch los werde so wie sieht es hier aus hier habe ich ja vorhin schon wieder leer gemacht ja zu viel cap also gut ich würde sagen wenn es dir gefallen lass noch eine positive wertung da ansonsten wünsche ich dir einen schönen abend und tschüss abend und abend und or